So, wir sind mal wieder zurück! Ja, super, die Brücke könnt ihr euch sparen. Und auch jetzt Geld. Ja. Ein Schurke wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ja, ja. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ihr erbeutet eine Schatzkammer. Okay, auch schön. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ihr erbeutet einen Trainingsraum. Warum Gasfallen mir wehtun können, aber... Eure Geschöpfe kommen nicht zum Schlafsaal. Meine Geschöpfe kommen überall hin. Ihr erbeutet eine Hühnerfang. Da, ist noch mehr Gold. Ich will Gold. Me want Gold! Okay, was macht der Blaue da? Ihr erbeutet eine Schatzkammer. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Dafür, dass ihr mal Arbeit abnehmt dagegen, habe ich ehrlich gesagt echt nichts. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ihr erbeutet ein Portal. Schön. 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 Ehrlich, dass ein I bräuchte aber lieber etwas, das sich Geld nennt. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Ein Schurke ärgert sich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Ihr erbeutet eine... Daher und legt geschlafen? Ich glaub's ja gar nicht. Ihr erbeutet einen Schlafsaal. No, unglücklich ist jetzt. Ein schwarzer Witter wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Auch schön. Eine neue Spezies ist in eurem Kerl. Ihr wollt alle was zum Essen. Neue Spezies? Ein Troll. Ein Troll. Ein Troll. Na super. The fuck? Ihr erbeutet einen Trainingsraum. Ihr erbeutet ein Portal. Ihr erbeutet eine Werkstatt. Denn nicht immer, wenn irgendwer daherläuft... Moment mal, ihr habe eine bessere Idee? Was haltet's davon? Ihr erbeutet eine Werkstatt? Und einen Tempel. Eure Geschöpfe wurden glücklich gemacht. Ja. Schauen wir, was wir mit den gegenrischen Geschöpfe machen. Wir dezimieren sie, aber die laufen... Mit einem Friedhof. Irgendwie alle... Panisch weg. Das interessiert kann, du sollst da... Die Tür einschlagen, bitte. Ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Was war das, bitte? Den Opfer jetzt noch. Die Götter haben euer Opfer angenommen. Danke. Okay. Schön. Da oben könnte ich schon irgendwie alles mir. Aber... Da ist Gold! Eure Geschöpfe sind beeindruckt von eurer Arbeit. Ich bin da beeindruckt. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Eine Stahltür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. M-hm. Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. So oderler. Ähm... Wär denn... Also, das geht doch gar nicht. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. Müssten sie das Fragezeichen. Ach, Madame... Eine Stahltür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Ah, ja, eine Stahltüre. Würde mich freuen, wenn der zum Beispiel da die Tür aufknackt. Haus weg, genau. Und. Kischen. Ein Nehmen. Das war ein Gemästel. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Ihr habt einen gegnerischen Brachraum erobert. Eure Geschöpfe haben neue Erfahrungen gemacht. Es ist Zahltag. Das Problem ist... Ein Schurke wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Bitte, du zumal da anfangen, mal das Ganze dazu zu befestigen. Mein Zwerg ist auch schon tot. Warum ist da ein Geheimtier? Das ist eine besondere Tiere. Dann kriegst du das Geld. Was ist so? Eure Brücke wird angegriffen. Der Gegner erobert eure Brücke. Ein schwarzer Engel wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Dann kriegst du das Geld. Der Gegner erobert eure Brücke. Hol dir Geld. Glücklich passt. Da gibt's noch mehr Gold. Ja, ja. Geht's mal weg da. Danke. Ihr werdet's den genau da draufsetzen. Und er muss da bleiben. Heldwache. Hau ihm orts über die Pirne. Sehr schön. Tralali, Tralali. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Dann mögest du dir... ...eines holen. Ja, ja. Also harm du is Gold. Danke, dass du die Tür einherrschst. Sehr schön. Sehr schön. Heim, 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 heim. Eine eiserne Jungfrau wurde unglücklich, weil sie kein Geld bekommen hat. Daherum gibt's Gold in... ...Omás, Leute. Wirklich. Ein schwarzer Engel ärgert sich, weil er kein Geld bekommen hat. Welcher denn? Ja, du bist schockt. So, Koffer. Das ist alle schwarzen Engel. Komm jetzt mal bitte da rauf. Oh, die muss kurz lassen. Sorry. So, werdet glücklich, ich befehle es euch. Ja, da geht die Kohle dahin. Da kommt auch wieder Kohle daher. Schön. Ich möchte wissen, ob jetzt... Oh, da ist jemand. Da ist jemand, da ist jemand, da ist jemand, da ist. Ich möchte jetzt prinzipiell mit ein paar Ims nur ein bisschen schauen, ob wir da nicht nirgendwo was übersehen haben. Ein Vampir ist auf eurem Friedhof aus dem Grab gesteckt. Ein Salamander wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Oh, der arme Salamander. Jetzt wäre ich so gewuscht. Walsch, wo es Geld gibt. Schau. Da oben gibt es Geld. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. So. Eine Holztüre wurde in eurem Landstatt gebaut. Und dann kamen wir uns ja gleichzeitig drauf. Ich bin mir das aufgeregt da mit Ängsten. Vampire, die Leverance. Okay. Schon wieder? Ja, okay. Okay. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand entdeckt. Siehst du das? Eure Casino ist zu klein. Ehe, da ist noch mehr jemand. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. Was denn? Ich schau, ihr legt euch sogar nur so unterher. Ich weiß, die könnte ich jetzt nicht... Der Engel wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Aber tanzen muss er. Alter, der geht da rein ja ab, wie ich schnitzel. Eure. Ein schwarzer Ritter ärgert sich, weil er kein Geld bekommen hat. Oh, hat du kein Geld bekommen? Na, so, wer ist denn alle unglücklich? Der ist auch noch unglücklich. Und der ist auch unglücklich. In jemandem vom Anwägen Geld. In Geld sind nämlich die meisten unglücklich. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon alle Secrets gefunden habe. Ein Geschöpfer nicht in der Lage, seinen Jackpot-Gewinn abzuholen. Selber schuld, um ehrlich zu sein. Ich mache ein bisschen Schweizer Käse aus dem Ganzen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Es gibt reichlich Drinks im Kassel. Mach mal das jetzt endlich mal weg, he? Und mach mal das da auch mal weg, he? Sehr schön. Okay, so, in Capitz. Ah, da rechts habe ich mich noch gar nicht umgeschaut. Verdammt. Da rechts könnte auch noch so viel sein. Ja, Mist. Dann bitte ich um... Ein Schunke wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ah, da ist der Schunke. Schöpfe ärgern sich, weil sie nicht ausbezahlt worden sind. Ein schwarzer Engel ärgert sich, weil er nichts zu essen hat. Dann soll er was essen gehen. Eure Portale haben so viele Geschöpfe angelockt, wie sie können. Ein Geschöpf verhungert in eurem Kerker. Ein Geschöpf ist in eurem Kerker gestorben und als Skelett wieder auferstanden. So, so. Es ist Zahltag. Ein Zahltag ist's. Hey, Mana-Kruft. Ein Schwarzer Engel wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Ihr erbeutet eine Mana-Kruft. So, jetzt ist es in Ruhe, ha? Ah, Skelett. Cool. Und da haben wir Nebel des Krieges Dinge. Ja? Eieiei. Hebe der Wache. Hebe der Wache. Ah, ich sehe, ihr habt einen magischen Gegenstand. Ja, danke. Das kann ich... Schon wieder. Das ganze Reich wurde euch offenbart. Sehr schön. Da gibt's überall nix mehr. Hast du dir gesagt, wir können ihn niedernieten, oder? Euer Casino ist zu klein. So, so. Ja, ja, das machen wir jetzt mal so. Hier holen wir jetzt so an. War nicht Level 6. War Level 10. Ähm. Was soll da mit dir das? Muss ich jetzt machen? Ein Schurke wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Sehr schön. Dann können wir jetzt mal angreifen. Danke. Okay. 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 Louch. Das tat weh. Okay. Ein Schurke wurde unglücklich, weil er kein Geld bekommen hat. Oh. Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Nehmen wir mal das letzte Ding da weg. So, jetzt gibt's nur irgendwo auch Kanone. Ich bin dann auf Level 10. Äh, ich sag, ziemlich geil. Ja, ja, komm mit. Und ich glaub, den können wir jetzt alleine lassen. Wir schaffen das, er wird schon. Ach, richtig schön zum Anschauen. Ich hab mir gar nicht wissen, wie viel ich jetzt, diesmal umbracht hab. Da gibt's überall gar nix. Okay. Schön. Wir haben einen gegnerischen Keeper besiegt. Ach, schön. Sehr schön. Möglichst extremst schön. Ach, einfach nur der Triumph. Der Triumph. Da schneit ich mich doch grad mal. Und jetzt bekommen wir was Neues. Nämlich den Tempel. Bittet in diesem Tempel die Götter der Unterwelt um Hilfe. Die Feuerfalle. 360 Grad Radius. 3000 Grad Celsius. Das ist ja gemütlich. Gesundheit. Mit der Macht der schwarzen Engel kann kein Feind euch mehr widerstehen. 9 von 9. Der große Sieg ist in greifbarer Nähe. Schon bald wird das Land an der Oberfläche den eiskalten Würgegriff der Finsternis kennenlernen. Gut. Ich hab noch vielleicht noch Briefing fürs nächste Mal. Die Prinzen haben versagt bei ihrem Versuch, eure Kämpfer gegen euch zu wenden. Als Nemesis hörte, dass er die Unterstützung der schwarzen Engel verloren hat, bekam er einen Wutausbruch von apokalyptischen Ausmaßen. Gelinde ausgedrückt. Aber ich bin sicher, er plant schon seine Rache. Doch hütet euch vor der Selbstüberschätzung. Ihr müsst immer noch Nemesis vernichten, die Prinzen finden und den König selbst besiegen. Ja, ja. Gut. Also das Nemesis ist nächstes Mal und so weit. Damit hätte ich gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.